hallo meine lieben und willkommen zurück zu project high rise wir sind wieder in unserem türmchen das wir das letzte mal verlassen haben in einer neuen aufnahme session um das gleich dazu zu sagen wie schauen wir mal unsere ziele an wir waren bei 11.000 von 25 bei 160 von 250 da sind wir auf einem guten weg und auch da sind wir deutlich besser als das letzte mal schon 33 von 30 sternen 33 prozent natürlich gut wir haben 500 nicht besonders viel dann finden wir uns zurecht ich muss zugeben ich weiß selbst nicht mehr ganz genau was wir vor hatten ich weiß noch dass wir hier außen herum gebaut haben dementsprechend sind wir da jetzt mal ganz gut aufgestellt und unterwegs so wir brauchen fachärzte und finanz fachleute dafür brauchen wir mehr platz und dafür brauchen wir mehr geld aber geld schaut mal ganz gut aus dann werden wir jetzt hier ein bisschen vorspulen ah ja genau richtig ich erinnere mich wieder wir haben ein stromproblem meine lieben wir haben ein stromproblem das heißt wir brauchen die frage ist wollen wir einen kredit aufnehmen wir können ja jetzt wieder den da ich würde sagen machen wir das mal oder sollen wir gleich einen größeren wagen kann jetzt ja mal probieren ich glaube der würde uns ziemlich viel kosten probieren wir es mal probieren wir es mal mit dem so dann machen wir mal aus er glaube ich da war das machen wir mal eine pause kurz und schauen mal das heißt wir brauchen auf jeden fall strom und wir haben jetzt knappe 10.000 schauen wir hier mal kurz rein nicht zum steven sondern hier das machen wir auf jeden fall gleich einmal und wir brauchen strom weil wenn wir hier schauen wir sind über dem strom limit dann strom bitte einmal ein mittleres ein großes 40 es geht sich sogar ein großes aus ich glaube das wäre ein bisschen übertrieben machen wir noch mal mittleres rein dass das muss reichen so jetzt haben wir noch ein bisschen geld über das heißt jetzt können wir fachärzte und finanzfachleute gut wir haben hier unsere wasserleitung warum ist der sauer der bereich ist laut wegen dem geschäft wahrscheinlich schauen wir kurz in die übersicht tatsache die geschäfte das ist natürlich blöd das haben wir nicht bedacht das ist schlecht gut ändert aber nichts das heißt was wir auf jeden fall machen schauen wir kurz unser wasser an falsches daneben da ok wasser geht nur bis in diesen stock da müssen wir uns da haben wir gesagt da überlegen wir uns noch was da müssen wir uns jetzt auch tatsächlich langsam was echt überlegen weil wir kommen hier nicht mehr weg wobei wir könnten hier ein stückchen raufbauen und dann hier außen rum machen wir das mal weil wir wollen das wasser noch ein bisschen höher kriegen das heißt wir bauen hier ein bisschen dran so und dann ziehen wir hier oben mal rein ein bisschen was würde mal sagen so bis hier zu dem aufzug das muss reichen ok dann lassen wir mal ein bisschen laufen oder dass wir schnell laufen dass wir schnell gleich laufen damit ein bisschen was weitergeht und dann bauen wir hier das wasser rauf gut gesamte nahe waren glaube ich weil ich der kredit dabei war relativ hoch so der hat sich wieder ein bisschen beruhigt weil es nacht ist das ist gut sonst schaut mal nicht schlecht aus wir haben hier noch ein bisschen platz überall so dann machen ein bisschen langsamer das heißt hier schaut mal gut aus dann wollen wir hier wasser das heißt wir werden den wieder hier brauchen und wir brauchen wasserleitungen einmal hier ist sehr schön und jetzt wollen wir hier oben mal auf jeden fall das fertig machen wieso haben wir jetzt ein facharzt bekommen jetzt haben wir ein facharzt bekommen man freut mich natürlich dass wir den haben aber ohne wasseranschluss und das ist der arzt den wir gerade gekriegt haben ok und der hat kein wasser dann soll da wasser kriegen bitteschön ich glaube das müsste reichen genau so das heißt das steigt wieder da haben wir den ja das letzte mal hier rein gezwickt noch irgendwie und jetzt werden wir hier oben ein bisschen dazu bauen und zwar wir brauchen noch finanz fachleute das war hier ein mittleres glaube ich schauen wir mal finanzbüros genau das sollten wir alles haben telefon und strom okay den kriegt er noch das heißt einen stromkasten bitte und einmal strom hier in das büro wo das war eins zu viel sogar und ein telefon wir wissen ja inzwischen wie teuer das ist das heißt da werden wir nicht zu viel bauen damit haben wir das fertig dann brauchen wir noch ein zimmer apartment die können wir da gleich weiter bauen die frage ist ob wir da gleich weiter rüber fahren ich glaube schon wenn wir gleich machen so und eine stiege bitte die ist ja nicht teuer wie wir gelernt haben und dann bauen wir mal die ein zimmer das waren die ja genau ein zimmer apartment sehr schön so wie viel gehen sich da aus gehen sich genau zwei aus super und wir brauchen natürlich den einen lift hier noch den werden wir auch gleich in auftrag geben so und dann brauchen wir müll für die wo bauen wir den müll für die hin müssen wir wohl ja mal da drüben jetzt machen abfall genau so war es das da wollen wir einfach mal hier dazu okay dann lassen wir wieder ein bisschen sausen beziehungsweise suchen wir uns noch suchen wir uns mieter da müssen wir vorher verlegen verlegen wir mal strom und wasser beziehungsweise schauen wir kurz die brauchen doch wasser oder genau der will noch kabelanschluss und recycling so wir haben 3000 gekriegt sehr gut und neue aufträge kriegen wir gut gas wir wissen ja inzwischen wir hätten gas wir hätten gas recycling behälter und kabel tv wie kriegen wir den kabel tv schauen wir uns das mal an baukosten 1500 pro tag wisst ihr was das machen wir weil wir werden jetzt schauen dass wir diese 10 ausreizen so wir werden dich einmal hier hinstellen das müssen wir glaube ich jetzt anschließen auch machen wir das mal kurz hallo ach so weil wir das hier noch ok so genau jetzt müssten wir jetzt haben wir kabel hier kabel fernsehen so und warum bauen wir das ganz einfach weil wir haben jetzt hier nämlich gas auch das kontrollieren wir noch mal genau da brauchen wir auch noch ein paar leitungen hier überall also unser gas geht bis hier dann hier ein bisschen rauf bitte hier rauf hier rauf so und jetzt haben wir hier ganz oben gas und wasser und kabel tv telefon und strom jetzt haben wir hier alles für die luxus wohnungen und jetzt muss man schauen wie viel reserve wir von all dem haben also durch das was wir jetzt gebaut haben der kleine kabel anschluss haben wir insgesamt 10 und hier irgendwo da haben wir unser gas das heißt genau hier haben wir insgesamt 10 da haben wir noch 8 das heißt wir bauen jetzt wir können jetzt bis zu 8 volle luxus wohnungen hier rein ziehen und um uns da ein bisschen geld zu sparen werden wir hier jetzt gleich aufstocken weil noch haben wir ja gut geld dann haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 8 19 wird zwar sehr teuer alles aber das machen wir so lifter bitte und wir brauchen hier für müde was das wird man dann noch schauen wir können auf jeden fall hier jetzt luxus ein zimmer appartement genau machen wir das mal und luxus ein zimmer appartement und bisschen tempo wieder ach so moment bevor wir tempo machen müssen wir jetzt natürlich die ganzen leitungen legen das heißt wir brauchen einmal bitte gas leitung hier durch bisschen die wohnung kostet natürlich geld ohne ende wir brauchen bisschen die wohnung kabel tv und wir brauchen auf jeden fall strom ich weiß jetzt gar nicht auswendig ob sie wasser und telefon gebraucht haben schauen wir gleich wir können ja hier noch ein normales bauen das können wir auf jeden fall einmal machen das schadet nicht machen wir das so und schauen wir jetzt nochmal strom fernsehen wasser und gas ok und du brauchst nur wasser wollen wir aber auch nicht reinziehen braucht aber alles wasser hm dann überlegen wir uns das nochmal so das heißt wir brauchen wasser genau bitte wasserleitungen von hier hier durch sehr gut jetzt können die einziehen dann ein bisschen tempo wir wollen hier oben auch noch ausbauen und das sehe ich gerade da fehlt uns noch eines da hat es eins vergessen so dann können wir hier schon mal weiter unsere Anschlüsse nach oben ziehen einen Verteilerkasten für gas und wasser hier hin das können wir eigentlich gleich machen dann müssen sie die nicht bauen so haben wir hier schon unseren mülleimer ja hier unser mülleimer ist da sehr gut die sind eigentlich ganz zufrieden offensichtlich sehr schön gut dann machen wir wieder ein bisschen langsamer wir wollen Wasser von hier bis hier geht sich noch alles gut aus wir wollen einmal Gas von hier bis hier wir brauchen einen Verteilerkasten und wir brauchen Kabelfernsehen und Strom und die natürlich auch in die Wohnungen Kabelfernsehen und Strom nicht vergessen so was ist denn das eigentlich achso entfernen ok sehr gut das heißt dann haben wir die auch dann ein Zimmerapartments einmal zweimal dreimal warum haben wir denn hier jetzt Platz ich meine da könnten wir ein Mieskügel hinstellen aber das wollen die natürlich überhaupt nicht so Luxus Luxus und Luxus so dann schauen wir kurz mal in die Übersicht ist irgendwo was rot schaut aber nicht so aus und wie wie weit sind wir jetzt ausgelastet wir sind jetzt bei zwei das sind die zwei hier das heißt wir haben zwei drei vier fünf bisher verbraucht so dann machen wir weiter gleich ein Verteilerkasten hier und einer hier das können wir auf jeden Fall schon machen Strom hier hin und hier hin Kabelfernsehen hier hin und hier hin weil die machen wir auf jeden Fall weil wir hier das die wenigsten Leitungen verlegen müssen und genau das machen wir nämlich jetzt auch gleich einmal wir werden hier einmal Wasser nochmal Wasser wobei wir brauchen ein bisschen weiter das Wasser und das Gas komme ich gerade drauf weil die Wohnung ja nur bis hier geht dann machen wir die zwei so und auch Wasser hier hin und hier hin sehr gut dann wieder ein bisschen weiter laufen lassen so dann können wir hier das nächste auf jeden Fall gleich einmal Luxus Apartment sehr schön nächstes sei es zwei vier fünf sechs sieben acht und das war es dann schon das heißt nur noch diesen Stock und dann haben wir es wobei wir brauchen nur noch den da und den da dann haben wir hier zwei drei vier fünf sechs sieben acht genau okay dann machen wir das das heißt ein Zimmer Apartment hier hin noch und vorher die Leitungen Telefon einmal Blödsinn Blödsinn Kabelfernsehen Strom das wird jetzt leider ein bisschen teurer aber das muss halt jetzt sein Wasser und Gas so Luxuszimmer bitte einmal jetzt bin ich gerade neugierig kann man das auch bauen solange es nicht fertig ist nein kann man eh nicht dann lassen wir es ein bisschen fertig bauen gut das heißt hier müssten wir ja auch alles haben das heißt jetzt sollten wir eigentlich sobald die Mieter eingezogen sind eigentlich alles haben was wir brauchen dann können wir uns nochmal die Aufträge den nächsten anschauen künstlerische Schnörkel bringt Ansehen ein was brauchen wir große Kunstwerke okay Großraumbüros da brauchen wir die großen Büros und sonst haben wir nichts dann würde ich mal sagen machen wir tatsächlich jetzt mal das da würde ich mal sagen einfach nur aus dem Grund weil wir die Sterne eh brauchen das Geld glaube ich kommt ein bisschen von alleine so das heißt was brauchen wir Berater Upgrade Große Kunstwerke das war hier das heißt wir brauchen die Ästhetik das heißt wir brauchen auf jeden Fall den Innenarchitekten ähm dam 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 Innenarchitekt wo war der der war war der hier oder hier da Politik Ästhetik genau wir brauchen einen Innenarchitekten wo setzen wir denn den hin wo hat denn der Platz nirgends hier drüber hier drüber hätte Platz dann bauen wir den doch daran noch so machen wir das gleich so genau so dann lassen wir es mal ein bisschen laufen und da oben was können wir da oben wir können ja mal eine große richtig große Wohnung hier oben rein zimmern so eine richtig geile was wir schaffen doppel oh was haben wir hier großes Zwei-Zimmer-Apartment wie groß ist das oh das wäre perfekt oh wir brauchen die Mistkübel meine Lieben wir brauchen die Mistkübel dafür penne ich das gerade das heißt wir brauchen hier auf jedem Stockwerk noch ein Mistkübel direkt hier dran können wir das gleich direkt reinsetzen schauen wir mal ja können wir sehr gut brauchen wir gar nicht groß bauen lassen gut das heißt aber hier das wäre ideal eigentlich wie groß sind die die sind riesig aber das wärs doch machen wir das so was brauchen die oh U-Bahn-Anschluss oh das ist schlecht das brauchen wir doch nicht das wollen wir doch nicht machen schade gut das heißt dann zwei können wir aber machen oh die wären hier besser gewesen jetzt sehe ich das verdammt das war blöd ich hätte die nämlich hier machen können die drei dann hätte ich hier drei wisst ihr was das machen wir da jetzt noch niemand eingezogen ach ach ist das blöd das ist schon viel nein das machen wir jetzt doch nicht das war blöd na gut dann machen wir das jetzt hm was machen wir jetzt was machen wir denn jetzt meine Lieben na gut lassen wir es mal oh hier könnten wir unseren Architekten natürlich auch reinsetzen aber jetzt bauen wir da unten schon oder jetzt haben wir das schon gebaut sogar schon fertig so das heißt einmal den Architekten hier bitte und jetzt schauen wir mal kleine Kunstwerker haben wir so Kunsthändler was macht das schaltet Platzierungen von Kunsthändlern frei die ein Minimum an Tamtam produzieren alles klar mittelgroße Kunstwerker Zufriedenheit von Mietern sowie Ansehen erhöhen Kunstgalerien Tamtam Produzenten ok und schlussendlich große Kunstwerker das heißt da sind wir jetzt durchgerauscht so das heißt wir brauchen jetzt noch eine große Skulptur dann bauen wir doch mal eine große Skulptur Bonusgegenstände schauen wir mal moderne Skulptur und da haben wir den Brunnen glaube ich für die Lobby den wir brauchen können wir den da können wir denn den hinstellen hm wo gehört denn der hin ok wir brauchen auf jeden Fall eine Skulptur dann machen wir hier eine Skulptur und die machen wir da ganz an den Anfang so ist das jetzt die große Skulptur offensichtlich nicht Wasserspender Abfalleimer Wanduhr Wanduhr ja aber wo sollte es sonst sein das ist doch da oh Kunstwerke hier Skulpturen Prost große Skulptur Baukosten 25.000 ok Springbrunnen 10.000 ok aber alles andere haben wir Kunstgalerie benötigt 1 ok wo haben wir die Kunstgalerie haben wir die hier jetzt Luxusgeschäft wo haben wir die Kunstgalerie Outdoor Outdoor Plaza das ist nur für Schöner das sind ja nur Kunstwerker genau Dienste ist aber auch sicher nix oh Kunsthändler Kunstgalerie dazu brauchen wir einen Kunsthändler sehr gut dann machen wir mal einen Kunsthändler Höhe als Erdgeschoss Berater Berater Upgrade und sonst nix dann machen wir mal hier einen Kunsthändler rein oh der wäre hier schön hingegangen schauen wir mal wo haben wir denn für den Platz jetzt wir haben hier oben jetzt Platz wir können ihn ja eigentlich hier unten hin hier oben reinsetzen zu den anderen Sachen machen wir das mal so dann lassen wir ein bisschen laufen damit das fertig wird so unsere Einzimmer Apartments fehlen uns noch 2 wirklich oder ist das weil die noch nicht eingezogen sind ich meine wir können nochmal 2 machen 2 normale oder nochmal ja 2 normale können wir machen weil wir haben kein Gas und kein Kabelfernsehen mehr schauen wir mal ob es an dem lag dann brauchen die natürlich wieder Wasser und Strom leider so einmal Wasser hier hin und einmal Wasser hier hin und Strom hier hin ging das jetzt über 2 Felder gerade Tatsache über 2 Felder geht es kostet aber immer noch nur 12 komisch ok so das heißt jetzt müssten wir auf jeden Fall die achso sobald die fertig sind müssten wir das auf jeden Fall haben und der ist auch fertig gebaut dann ok da fehlt uns jetzt nur noch Geld dann geben wir mal Gas ein bisschen sehr schön da sind die 5000 für die 2 Wohnungen dann was haben wir jetzt Großraumbüros und Fitfirmfamilien 20 2 Zimmer Apartments wo kriegen wir mehr 2000 sofort 2500 das bringt Sterne aber ich will irgendwie keine Wohnungen mehr bauen Großraumbüros sind besser ich nehme Großraumbüros 6 nur wirklich Großraumbüros das sind die da wie groß sind denn die na gar nicht so arg eigentlich wenn wir das hier ranplatschen in die Mitte so irgendwie dann müsste es doch sind einfach nur 6 Stockwerke hm was gibt das nochmal 10.000 auch nochmal brauchen nur noch die große Skulptur ok das heißt und für die brauchen wir jetzt eben die Kunstgalerie und 25.000 wie heißt das Maria dann bauen wir vielleicht doch erst noch bevor wir die bauen bauen wir vielleicht unsere Großraumbüros doch nochmal so das heißt wir wollen ein Großraumbüro zwei Groß achso bevor wir die jetzt bauen ich meine wir können das auf jeden Fall einmal bauen ähm sollten wir mal schauen was die denn brauchen können wir das irgendwo mal platzieren so viel Platz haben wir nirgends dann lassen wir das mal bauen hier das Stockwerk und schauen dann was die brauchen oh stopp da ist jemand unglücklich Reinigungs-Service wo ist der Reinigungs-Service Strom, Tele.. Strom, Telefon und Wasser und ein Recyclingbehälter auf derselben Etage wo er ist okay dann müssen wir hier nachlegen bauen wir den wo haben wir den haben wir nicht irgendwo hier unten schon einen Milchskübel da haben wir einen Milchskübel dann wisst ihr was bauen wir hier dran und zwar reicht das schauen wir mal nochmal Reinigungs-Service jawohl das reicht sehr schön dann können wir den nämlich hier dran tun dann müssen wir nur noch hier irgendwo den 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 die Recycling-Station wo kriegen wir hier eine Recycling- oh die kriegen wir sogar hier unter perfekt nämlich super jetzt brauchen wir nur noch die da haben wir dafür noch Platz auch nicht nein dann werden wir die einfach hier drunter noch setzen das heißt wir werden hier auch nochmal nach rechts verlängern so und ein bisschen Dalli bitte oh ich glaube da ist uns jemand ausgezogen ja das war der hier weil die das Reinigungs- die Reinigungskraft wollen die wir noch nicht bauen können wo sind unsere Bauarbeiter die bauen wahrscheinlich jetzt das da oben erstmal alles ja jetzt bauen die natürlich hier ab anstatt dass sie hier unten gescheit bauen würden wo wir es brauchen grad wäre ja klar und jetzt bauen die wirklich da oben das gesamte Ding voll das fehlt mir noch ein bisschen dass man sagen kann macht's mir das mit Priorität 1 oder 2 oder 3 oder so weil selbst obwohl wir jetzt 4 haben das dauert natürlich ewig bis die dieses ganze Bauwerk da gebaut haben wir haben auf jeden Fall Geld gekriegt den kann man uns anschauen so so da sind sie aber gut eingezogen schon leider ist der eine da echt ausgezogen das ist echt bitter so ihr blöden Bauarbeiter könntet ihr jetzt echt endlich das da unten nein jetzt kommen sie da her endlich so dann macht's einmal schnell so jetzt können wir aber Reinigungs-Service bitteschön und hier unten brauchen wir dann noch den den Container für den Recyclingmüll das ist der hier genau dann einmal den hier so dann können wir hier das wieder neu bauen leider aber das passt hier halt perfekt jetzt rein wir haben halt die Anschlüsse und alles gut und wir können aber schauen was uns jetzt die Großraumbüros brauchen ich habe jetzt nur gerade überlegt ob wir jetzt noch schauen sollen was die anderen brauchen aber nein achso bevor wir mit dem anfangen machen wir mal hier die Stiegen rauf die gehen ja schnell und die Lifte müssen wir hier oben jetzt mal reichen erstmal so Großraumbüro wollten wir wir machen das so richtig schön mittig gut was brauchen die brauchen wir irgendwelche einfach nur Großraumbüro Finanzbüros oder gibt's auch eine ganze Menge wieder am meisten braucht 10, 10, 9, 9 und 9 dann schauen wir mal was wir hier brauchen ok der will gar nicht der will auch nicht der will auch nicht der will auch nicht braucht aber nur 3 noch 3 Sternchen dann schauen wir mal was die wollen mehr Technikbüros Technikbüros ok ja aber wir wollen ja Technikbüros bauen und ein Technikbüro braucht Technikbüros ok da brauchen wir also mittlere Technikbüros so was haben wir hier mehr kreative Büros ok der sagt sie hat uns jetzt erklärt dass wir eben Lifte bauen sollen das ist aber blöd ich meine die Arztpraxis könnten wir wir brauchen größere Restaurants oder größere Geschäfte hm das wird alles nicht so einfach werden wie ich dachte so lassen wir jetzt hier mal laufen so warum bist du jetzt noch unglücklich Waschsalon ja Reinigungs-Service haben wir ja schon so das können wir auch wieder mal machen Waschsalon was braucht der Gas, Wasser und Strom oh das ist schlecht weil wir haben zwar alles aber wir haben glaube ich kein nicht mehr genug Gas dafür glaube ich Schauen wir mal was das Gas sagt das Gas sagt wir haben 120% wir haben jetzt schon zu wenig aber gut dann machen wir halt jetzt noch einmal Gas ist ja wurscht nochmal ein kleines Gas wo gehst du hin? da gehst du hin perfekt dran nämlich sogar so jetzt haben wir genug so wie schaut's beim Wasser aus? Wasser schaut gut aus Telefon schaut gut aus und Strom schaut gut aus das heißt alles andere haben wir Kabelfernsehen dementsprechend auch genau so jetzt müssten die da oben aber schon mal glücklicher werden hoffentlich genau Waschsalon noch und Recycling Behälter achso den haben wir noch nicht gebaut ja das ist natürlich blöd die wollen Recycling das stimmt habe ich vergessen dann bitteschön kriegt's ja Recycling gut aber meine Lieben das war's ich glaube wir sind nicht mehr lang entfernt vom Abschluss der Mission nächste Folge vielleicht schauen wir mal ich spiele die jetzt gleich weiter und schau mal ob wir das schaffen aber für heute ist für jetzt die Folge Schluss dementsprechend hoffe ich es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin wie immer alles Liebe alles Gute und Tschüss